Was ist das? Das, was wir haben. Ist es Hass? Oder ist es Liebe? Diese Ungewissheit macht mich wahnsinnig. Bringt mich um den Verstand. Verstehst du überhaupt, was du mir antust? Verstehst du, was ich dir versuche zu sagen? Du sagst, wir sind nur Freunde. Doch dann bist du so, so liebevoll. Du sagst mir Dinge, die mich von der Depression befreien. Doch dann stürzt du mich nur noch tiefer hinein. Vielleicht ja unbewusst, doch das ist keine Entschuldigung. Immer wieder fängst du mich auf, wenn ich in das Loch falle. Immer tiefer und tiefer. Du legst einen Boden, der mich abfangen soll. Stück für Stück schließt du das Loch. Doch dann... Was tust du dann? Das Loch ist geschlossen. Ich falle nicht mehr. Ich komme mir so sicher vor. Und dann falle ich plötzlich wieder. So lange. Es wird immer dunkler. Ich höre nichts. Kein Geräusch kommt bis an mein Ohr. Und diese Stille zerreißt mich. Ich kann nicht mal schreien. Warum sollte ich auch? Es interessiert dich nicht und niemand wird mich hören. Und dann bist da wieder du. Derjenige, der mich immer zu Fall bringt. Derjenige, der mich immer wieder aufs Neue aufhängt. Mit allem, was du tust, sterbe ich ein bisschen mehr. Hoffnung. Enttäuschung. Hoffnung. Enttäuschung. So geht es immer weiter. Diese Routine ist Mord. So geht es immer weiter.